Das war mal eine glückliche Familie, aber alles änderte sich, als Mom mit einem neuen Freund ankam. Ich will keinen neuen Dad. Christi, sieh mal. Das bin ich, als ich jung war. Ich war mal ein Star und ich hatte ein cooles Motorrad. Lies diesen Artikel über mich. Gute Nacht. Ich vermiss dich. Guten Morgen. Es gibt gleich Frühstück. Wir werden alle zusammen essen. Christi ist immer noch nicht wach. Kannst du sie wecken? Christi, wach auf. Na los. Das Frühstück wartet. Was ist damit? Aufwachen, Christi. Oh, Dad. Guten Morgen. Lass uns frühstücken. Justin, was machst du denn hier? Schatz, das ist doch nur eine Maske. Ich will das. Nein, das kaufen wir nicht. Kenne ich dich? Nee. Justin, du bist es. Stopp. Das ist unseren Kassierer in Ruhe. Was? Wie geht das? Ich gebe auf. Oh, Justin, du bist es wieder. Na, warte. Dad. Schatz. Officer, das ist der. Wie, wer ist mit Chips? Oh, er war hier irgendwo. Was läuft im Fernsehen? Oh, Script Game. Dad? Bist du das? Hi, Christi. Was gibt's? Was guckst du da? Das Spiel läuft doch. Hey, nicht umschalten. Mein Dad ist da. Justin? Ups. Ich kann dieses Spiel auch spielen. Spieler Justin, du bist raus. Eugene? Auf keinen Fall. Wer hat jetzt das Sagen? Komm schon, Dad. Ich drück dir die Daumen. Christi, was guckst du da? Oh, hi, Jenna. Ich hab gewonnen. Das Spiel ist vorbei. Hier ist eure Bestellung. Ich wasche mir die Hände. Ich bin gleich wieder da. Du bleibst erst mal hier drin. Hi, Christi. Dad? Justin? Warum bist du hier? Wo ist Eugene? Keine Angst. Er ist in Sicherheit. Hey, lasst mich raus. Was für ein leckerer Salat. Ich muss los. Wer hat mein Essen gegessen? Hier ist die Rechnung. Du kommst mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen? Okay, hier. Behalt den Rest. Wer ist das? Oh, Officer. Gibt es ein Problem? Ich suche dieses Mädchen. Hast du sie gesehen? Warte kurz. Wer war das? Nein, Christi, geh nicht. Tut mir leid. Ich muss mit dem Officer mitgehen. Danke, dass du mit der Polizei kooperierst. Wie soll ich Jenna davon erzählen? Wo ist Christi? Sie geht auf eine Party. Warum dauert das so lange? Gib mir meine Uniform zurück. Danke, Officer. Du hast was gut bei mir. Und dann küsste Aschenputtel den Prinzen. Und er verwandelte sich in einen Frosch. Ich kann bessere Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Und sie quacken glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ich kann besser Schlaflieder singen. Schlaf ein, Christi. Kannst du ein Schlaflied auf einer Geige spielen? Drop goodbye. Und hör nicht auf Mams Freund. Es reicht. Hört auf. Raus mit euch. Christi, du solltest trainieren. Oh, Coach. Da bist du ja. Ich fang mit Boxen an. Mhm. Super, Christi. Coach, hast du etwas gesagt? Es reicht. Langhantel. Aha. Ich füge noch mehr Gewichte hinzu. Das schaffst du schon. Christi, ich bin's. Hey, Justin. Das ist zu schwer. Was ist mit Eugene los? Schon gut. Er wird damit fertig. Hilfe. Hi. Was ist los? Wer hat das Fenster kaputt gemacht? Das war Christi. Ich will deine Eltern sehen. Sofort. Hi. Ich kümmere mich um alles. Gut, Justin. Du redest mit der Lehrerin. Hier ist die Quittung für das kaputte Fenster. Her mit dem Geld. Moment. Geht rein. Ich hab's mir anders überlegt. Das passiert jedes Mal. Hier ist die Quittung für das kaputte Fenster. Steht es aus purem Gold oder was? Ihr müsst bezahlen. Gut. Hier. Hier. Hi. Meine Tochter hat einen Nageltermin. Mach etwas Schickes und Schönes für sie. Natürlich. Oh. Ich muss da rangehen. Schatz, ich bin's. Dad. Mom hat dich nicht erkannt. Ich hab keine Ahnung, was ich da tue. Aber ich tue so, als wäre ich ein Profi. Was gibt's Neues? Das Lippenstift auf den Nägeln. Das ist der heißeste Trend. Sieht es überall auf TikTok. Wirklich? Hm. Dann will ich auch dieses Nageldesign. Bist du fertig? Er darf mich nicht sehen. Okay. Ich zahle. Los, komm. Es kostet doppelt so viel. Echt jetzt? Gut. Eugene ist so leichtgläubig. Ich will das. Und das. Und das. Windbeutel. Cupcakes. Und Muffins. Und Bananen. Ich nehm alles. Ich hab Hunger. Wo ist das ganze Essen? Christy, hast du den ganzen Kühlschrank leer geräumt? Wir tauben. Christy, was machst du da? Ich füttere nur die Tauben. Das ist aber eine große Taube. Hi. Ich bin euer neuer Lehrer. Wer will an die Tafel kommen? Christy, komm nach vorn. Warum immer ich? Ich weiß gar nichts. Christy, ich bin's. Dad. Jetzt bin ich nicht mehr nervös. Ich hab ein paar zufällige Zahlen geschrieben. Ist das richtig? Ja. Alles, was du machst, ist richtig. Ich geb dir die beste Note. Was? Was ist denn hier los? Wer bist du? Schnell weg hier. Wer war das? Christy, was war dein Dad, oder? Das geht gar nicht. Ich mach auf. Wer ist da? Pizza Lieferung. Aber wir haben keine Pizza bestellt. Schatz, ich bin's. Ich hab ein Schnurrbart. Dad. Eugene, hier ist die Pizza. Ich hab dich schon mal gesehen. Schatz, die Pizza ist da. Wo ist sie denn? Dad, danke für die Pizza. Justin, ich bin hier, um meine Tochter zu sehen. Eigentlich ist Donnerstag dein Tag. Schon vergessen? Bye. Wir sehen uns am Donnerstag. Was ist denn jetzt schon wieder? Justin, was willst du? Jenna, guck mal auf den Kalender. Heute ist Donnerstag. Was? Fast jeder Tag ist Donnerstag. Okay, Justin. Christy, du verbringst den Tag mit deinem Dad. Genial. Es reicht. Ich hab die Schnauze voll von dir. Ich will dich nicht mehr sehen, Eugene. Nicht schießen. Sonst werde ich schießen. Oder ich werd auch schießen. Nein, ich werd schießen. Dad, Eugene, das ist mein Freund Archie. Wir werden ihm eine Lektion erteilen. Auf jeden Fall. Bye, Archie. Wie fandet ihr unsere Geschichte? Schreibt uns, auf welcher Seite ihr steht. Auf Justins Seite oder auf Eugene's Seite? Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.